Auf geht's, Freunde! Das ist das so, und das ist das A und O, dass du auch das Klobebier hast, denn ist die Rolle leer, und du hast keins mehr. Dann hast du ein Problem, das sag ich dir, ja genau, ja das machst du dann, wenn du sie verschlafen rein, deswegen kaufen alle das Klobebier. Ja, wenn du Weihnachten kommst, ja das sag ich dir prompt, da brauchst du dringend Klobebier, denn da hast du keine Ruh, denn die Leben haben zu. Und es gibt kein Klobebier. Sauber!